Hallo Sammelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mit dem Multiset aus der Premier League Adrenalin XL 2020, 21 Kollektion von Panini. Und damit begrüße ich euch zu diesem neuen Collectors Video, in dem wir uns heute zu Paninis Premier League Adrenalin XL Cards mal ein Produkt anschauen wollen, das es so noch nicht auf dem deutschen Markt gab. Und zwar ist das das sogenannte Multiset, das ihr hier im Bild seht. In diesem Multiset befinden sich sieben Booster und zusätzlich nochmal drei Special Cards. Das Ganze gibt es in England zu Preis von 6,99€ und auch im deutschen Panini Online Shop, der inzwischen ja zahlreiche Produkte dieser Kollektion ins Sortiment aufgenommen hat, gibt es dieses Multiset. Wenn ihr euch dafür also näher interessiert, dann checkt einfach mal den Link in der Videobeschreibung. Damit kommt ihr direkt zu den Premier League Adrenalin XL Produkten im Panini Online Shop und wenn ihr dort dann anschließend das ein oder andere Produkt kauft, unterstützt ihr damit gleichzeitig diesen Kanal, ohne dass die Produkte für euch teurer werden. Also ein recht einfacher Weg, um seinen Support zu zeigen. Ebenfalls recht einfach geht das mit dem Däumchen nach oben unter diesem Video. Da könnt ihr ja schon mal drauf drücken, während wir uns die Packung mal von allen Seiten anschauen. Hier hinten ein bisschen Werbung für die anderen Produkte. Unterseite ist rein lila und die Oberseite weist nochmal deutlich darauf hin, was es in diesem Multiset gibt, nämlich sieben Booster und die drei Special Cards. So, dann wollen wir das Ganze hier mal aufziehen an dieser Lasche. Dann können wir direkt einen Blick in die Box dieses Multisets werfen, sehen dort unsere sieben Booster und hier vorne sehen wir auch die drei Special Cards. Das Ganze kippen wir jetzt einfach mal aus, legen unsere Packung beiseite und fangen dann einfach mal mit dem ersten Booster aus diesem Multiset an. Ich finde dort zunächst einen Free Digital Code, den ich euch gerne spendiere. Und dann geht es direkt los mit einer Game Breaker Karte von Golo Conte von Chelsea. Und da drunter geht es gleich ganz stark weiter mit der Elite Karte von James McArthur von Crystal Palace. So, dann gibt es wieder was zum Drehen. Wir bleiben bei Crystal Palace mit James Tompkins. Dann haben wir Luke Eiling von Leeds United. Issa Diop von West Ham. Und dann haben wir zum Abschluss nochmal Leeds United mit Matthäus Klich. So, das ist also unser erstes Päckchen. Das hat sich schon mal richtig gelohnt mit den zwei enthaltenen Special Cards. So, bevor wir an den zweiten Booster gehen, ziehen wir einfach mal unsere erste Special Card unter dem Berg hervor. Und das ist Matt Ryan als Hero Karte für Brighton. Und da machen wir erstmal mit dem nächsten Booster weiter. Auch hier gibt es wieder ein Päckchen für euch abzustaubeln. So, und dann müssen wir die erste Karte mal umdrehen. Und ich ahne schon was, denn wenn ihr euch die Rückseite mal ein bisschen genauer betrachtet, wie das im Licht spiegelt, dann kann das eigentlich nur eine Golden Baller Karte sein. Und es ist Raheem Sterling von Manchester City. Das ist ja mal ein besonders schöner Treffer in diesem Multiset. Und es geht direkt weiter mit einer Diamond Karte von Dwight McNeil von Burnley. Und dann haben wir noch Manuel Lanzini von West Ham, Riyad Mahrez von ManCity, Suyuncu von Leicester und Nemanja Matic von Manchester United. Wow, das waren mal zwei erste Päckchen, die es aber mal so richtig in sich hatten. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Den Code am Anfang spende ich euch natürlich wieder. Und dann kommt schon direkt unsere nächste Elite-Karte mit Gabriel Jesus von Manchester City. So, dann haben wir zwei zu umdrehen. Das ist Sessegnon von Fulham. Dann McCarthy von Crystal Palace. Kyle Walker von ManCity. Wan-Bissaka von Manchester United. Und John Stones, ebenfalls Manchester City. So, das war dann, glaube ich, eben das ManCity-Päckchen mit drei Spielern vom Zweitplatzierten der letzten Saison. Und wir machen weiter mit unserem nächsten Päckchen. Und der Defensive-Walk-Karte von Emmerich Laporte. Und wie sollte es anderes sein? Manchester City. Dann haben wir das Wappen von Southampton. Und als Base-Karten haben wir noch Furlong von West Brom Albion. Virgil van Dijk von Liverpool. Davis von Everton. Und Hugo Lloris von Tottenham. So, und dann holen wir mal unsere nächste Special-Karte unter dem Berg raus. Und ihr habt es eben schon wahrscheinlich im Ansatz gesehen, dass es eine Elite-Karte ist. Und es ist die Elite-Karte von Raul Jimenez von Wolverhampton. So, jetzt müssen wir uns hier sogar schon mal ein bisschen Platz machen. Und kommen dann zum nächsten Booster. Und der beginnt mit Harry Winks als Hero für Tottenham. Dann haben wir erneut James MacArthur als Elite-Karte. Ich glaube, den hat Panini recht oft gedruckt. So oft, wie ich ihn schon gezogen habe. Dann das Line-Up von Everton. Mason Holgate von Everton. Ben Mee von Burnley. Und zum Abschluss Paul Dummett von Newcastle. So, vorletztes Päckchen. Beginnt mit einer Top-Keeper-Karte von David Rea von Manchester United. Dann haben wir die Diamond-Karte von Dwight McNeil, den wir vorhin auch schon mal gesehen haben. Dann Jamal Lassell von Newcastle. Eric Dyer von Tottenham. Andre Gomesch von Everton. Und Charlie Austin von West Bromalbien. Und schauen wir durchs Päckchen wieder durch. Schauen wir uns dann mal unsere letzte Special-Karte an. Und das ist erneut eine Hero-Karte von James Tarkowski von Burnley. Und dann haben wir noch unser letztes Päckchen. Das mit dem Wappen von Everton beginnt. Dann haben wir Kyle Bartley von West Bromalbien. Jordan Henderson von Liverpool. Fernandinho von ManCity. Antonio Rüdiger von Chelsea. Robbie Brady von Burnley. Und dann sind wir wieder beim Wappen von Everton. Und damit am Ende der sieben Booster und drei Special-Karts aus diesem Multiset angekommen. Bisschen schade für meine Begriffe, dass sich innerhalb dieser sieben Booster schon so viel wiederholt hat. Darüber hinweg tröstet natürlich die Golden-Baller-Karte von Rahim Sterling, mit der wir einen Top-Treffer hier in diesem Multiset gelandet haben. Von daher kann man das Ganze unterm Strich durchaus als positives Ergebnis bezeichnen. Bevor man sich sieben einzelne Booster holt, ist es auf jeden Fall ratsam, zu diesem Multiset zu greifen. Denn mit diesen drei zusätzlichen Special-Karts hält man ja quasi das, wofür man ansonsten nochmal zwei Booster bräuchte. Wenn dann auch immer ein Golden-Baller drin sein sollte, lohnt sich das Ganze noch mehr. Aber das würde ich mal nicht als garantiert annehmen, sondern in dem Fall eher als glücklichen Treffer sehen. Falls ihr schon eins dieser Multisets geöffnet habt, dann schreibt doch einfach mal unten in die Kommentare, wie euer Ergebnis so war und ob auch ein Golden-Baller dabei war. Aber natürlich dürft ihr dort auch alles andere platzieren, was ihr zu diesem Multiset und den Karten, die wir gesehen haben, loswerden wollt. Ich freue mich da auf eure Rückmeldung. Vergesst das Däumchen nach oben nicht, wenn ihr bisher noch nicht geliked haben solltet. Und falls ihr zufällig reingeschneit sein solltet, dann sichert euch noch das kostenlose Kanal-Abo, mit dem ihr dann künftig keine Videos mehr zu stickern und Trading-Karts hier auf dem Kanal verpasst. Hat mich gefreut, dass ihr heute dabei wart. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.